Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play The Movies. Wir laden erstmal unser Spiel. Jo... Du-du-du-du. Laden hätte ich vielleicht vorher tun können. Aber egal. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hab keine Ahnung. Wollen wir jetzt eine schreckliche Geschichte haben? Eine schreckliche Nacht, ein paar Jahre vorhin, habe ich ein elektrisches Licht geöffnet. Es war ein BING und die Lichter funktionierte. Niemand hat verletzt und das Glas war entdeckt. Aber die Filamenten haben sich verletzt, und ich weiß nicht. Nein. Keine Anbestellten. Was auch immer das ist, geht nur zum Drehen. Bitte? Was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr? Was macht ihr? Ihr seid doch für Romantik zuständig. Ähm... Verbügt mal Romantik. Los, ein Schauspieler. Sci-Fi und... Ach, und ihr solltet... Science Fiction. Genau, da war doch was. Gut, ich glaube, dann müssen wir jetzt mal das nächste Drehbuch verfassen. Klingt ganz so. Ich denke schon... Was ist denn mit dir? Okay. Gut. Wie auch immer. Irgendwelche wichtigen Ereignisse... ...Action Romans Plus. Ähm, gut. Dann machen wir mal unseren ersten Science Fiction Film. Mit dir in der Hauptrolle. Das ist fast genauso aus wie Miro Harris. Aber egal. Okay. Und wir haben noch ein schönes Set, oder? Ja, das war jetzt mal. Das eignet sich aber nicht so gut. Nein, wir nehmen die Starbrücke. Und der erste sein Zyklenfilm wird ohnehin nicht so super toll. Von daher... Du darfst noch einen Scanner laufen. Ähm... Jo. Alien... Ist auch immer gut. Oh ja, das ist super. Das ist perfekt. Äh, nein, das wollte ich nicht. Äh, nein, das wollte ich nicht. Bitte. Wo haben wir es denn? Die Brücke... Okay, passt nicht. Dupliddupl. Was passt denn noch? Was könnte denn noch passen? Ein Gespräch. Ist immer gut. Boah, das ist wohl richtig gut. Ein Kampf. Da weiß ich schon, was wir nehmen. Genau das hier. Zwei Sterne. Das reicht mir auch. Für unseren ersten Science Fiction Streiten. Die geht aber jetzt noch nicht zum Casting. Erst übt ihr noch mal eure Rolle zu ändern. Etwas schneller, bitte. Und ihr seid auch bereit für den Film? Ja, auf jeden Fall. Äh, was ist los? Okay. Begin Casting. Du bist der Direktor. Extras. Alles dabei. Und überhaupt genug Crewmitglieder. Und viel Extras haben wir dann noch. Drei, die frei haben. Nee, du hast einen Film. Du hast keinen Film. Okay. Zwei hätten wir noch zur Verfügung. Und hier haben wir noch drei. Okay. So können wir noch einen Romantik Film drehen. Ja. Du bist die Hauptrolle. Romantik. Romantik. Genau. Detailliert. Ich mache noch mal so einen Zwei-Sterne-Film, hoffe ich. Ich wollte das rollen. Action. Und das Badezimmer nehmen wir mal. Das super romantische Badezimmer. Ja. Ähm. Das Badezimmer. Ist das gut? Nee, das ist absolut schlecht. Das war alles mal. Das könnte man dann machen. Was ist denn Tor? Ja. Meeting. Das dauert uns lange. Ja. Baby. Baby. Baby-Szene. Und auch irgendwas gibt's denn da so? Eine Bartmassage. Ja. Ist doch sicherlich toll. Loving. Sad photo. Nee. Ja. Küsst euch. Eine Szene machen wir noch. Ebenfalls mit Liebe. Ja. Das klingt doch gut. Na komm. Noch eine Szene. Noch eine Szene. Ja. 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 Noch mal ein Schiff Telefonat. Ja. Das muss jetzt aber reichen. Ich hoffe ihr seid bereit. Für und für. Oh. Das ist alles bestens bei euch. und drehe es genau so genau so muss das was ist mit dir jetzt schon vier sterne das wird gecastet und perfekt und wunderschön haben wir irgendwas zu bauen? nein keine neuen Sets was ist das hier? nein! nichts! nichts Neues! sind überall ganz weit von maximum den besten film und den besten star haben wir beste studios sind sehr gut okay die zeremonie kann kommen von mir aus spulen wir mal bis dahin ich hab nix wir wollen die neueste technologie haben wir schreiben auch genau die richtige anzahl und schwung mitgliedern zu haben für drei firme gleichzeitig sehr gut nachher ist also 19 die neue technologie los zehn kostüme Ein Nüter. Frame rate, erhol dich bitte mal. Und was ist das hier für eins? Mein Nüter. Was ist denn das? Oh, du mülles Arschloch. Ein Nüter. Ah, Farbe. Sehr gut. Und, oh, ihr seid hier fertig. Cut. Es gibt nichts mehr in der Stars or Studios. It's a wrap. Und dann macht man ein paar Mainstream-Pakete. Bitte. Wenn ihr hier fertig seid. Das ist ein Ratschloch. Das ist der größte Wettbewerb. Das ist der größte Wettbewerb. Bernice und Claude. Sie haben in einer Höhle von Bullets getrunken. Die Wissens haben gesagt, es hat in langer Bewegung. Sie haben keine Chance. Wenn es in normaler Zeit gewesen wäre, dann hätten sie weggekommen. Kein Problem. Heute kann die Nation schnell schlafen. Das ist der erste Studio. Naja. Töpidö. Hier ist nix, nix Neues. Nee. Und irgendjemandem geht das Image runter. Perfekt. It's a wrap. Ja, komm. When I was a theater player, I could act so much better than these new so-called movie stars. It's a wrap. Sehr schön. Der nächste Film ist fertig. Unser Science-Fiction-Schreiben. Oh, sehr, sehr gut, sehr gut. Wir haben ein neues Set. Ein neues Set. Ja, das Wohnzimmer. Ein wunderschönes Set. Und das wir auch so gleich bauen. Und schön mit Dekoration versehen. Das ist gut. Das ist ja alles soweit noch in Ordnung. Sehr gut. Wir haben noch etwas Zeit. Das holziert eigentlich nicht. Falsches Gebäude. Ähm. Ihr wollt dich mal abladen. Ne, füllen wir ein bisschen... Er kriegt ein bisschen PR. Und wir speichern unser Stelle. Ja. Und beenden den Part. Bis dahin. Tschüss.